Meg, vermisst du deine Mom sehr, wenn sie nicht da ist? Ja. Meg, du gehst jetzt in die Klasse, okay? Meg, Meg! Sie war nie so anhänglich. Nicht bei mir oder Jack und definitiv nicht bei irgendeinem Kuscheltier oder so. Du bist wirklich tapfer, meine Kleine. Und ich bin mir sicher, deine Mami wird dich nicht wieder verlassen. Nicht noch einmal. Geh nicht weg. Ist gar nicht so ungewöhnlich, wie sie sich verhält. Das ist typisch für ein Kind mit Angstgefühlen. Und der Bär, Ricky, ist ihr Übergangsobjekt. Er nimmt ihr die Angst. Was heißt du denn, Linus? Entschuldigung, Daddy. Meg, 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 Meg! Was soll das? Leg das weg! Was soll das? The itsy bitsy spider caught up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain And the itsy-bitsy spider climbs up the spot again Schlaf gut. Dein Teddy wird auf dich aufpassen.